Hey Leute, ich bin der Tankred. Heute zeigen wir euch ein bisschen den Stand auf dem Skateboard. Es gibt ja verschiedene Varianten. Wir haben einmal den Goofy-Stand, wir haben einmal den Regular-Stand. Das bedeutet einfach Goofy rechter Fuß vorne, Regular ist der linke Fuß vorne. Da ist es einfach wichtig herauszufinden, wie ich stehe jetzt auf dem Skateboard. Fahrt ein paar Meter, findet das für euch heraus, ob es der rechte Fuß oder der linke Fuß vorne ist. Es ist halt einfach ganz, ganz wichtig, wenn ihr da eine Basis habt, wo ihr mit anfangen könnt. Als nächstes ist es so, natürlich der Stand auf dem Skateboard. Wir müssen ein bisschen in die Knie gehen. Am besten nehmt ihr euch als Punkt auf dem Board die Schrauben für eure Füße als Fixierung. Fahrt einfach los. Es ist einfach so ein glanzklasses Spiel wie bei den anderen Sachen auch. Learning by doing, einfach probieren und immer practice. Wenn ihr dann soweit seid, nach ein paar Tagen Probefahren, stellt euch da drauf. Es kommen natürlich auch Tricks noch hinzu. Bedeutet, Olli, Kickflips, Shovelts, ganz simple Basics. Das ist halt das Grundprinzip vom Skateboarding im Tricksbereich. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommt vorbei. Beratung für den Skateboards, Intersport Begro, wir sind für euch immer da.